Ja, liebe Carina, voll schön, dass du hier bist bei uns am Lehrstuhl. Ich darf dich ganz, ganz herzlich im Namen vom Lehrstuhl hier in Erlangen-Nürnberg der evangelischen Religionspädagogik, aber auch vom Lehrstuhl in Bamberg der katholischen Religionspädagogik hier bei uns in Nürnberg willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und vielleicht starten wir einfach einmal mit einer kurzen Vorstellung von dir. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin die Carina, ich bin 28 Jahre alt und lebe in Abendberg zusammen mit meinem Verlobten und meinen beiden Katzen in einem kleinen Häuschen und beruflich arbeite ich selbstständig als Model und auch als Assistenz der Geschäftsführung bei einem kleinen Goldschmiedeatelier hier in Nürnberg. Wir haben dich ja jetzt vor allem eingeladen in deiner Funktion als Influencerin. Das ist ja auch eins deiner Steckenpferde. Die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie hat sich das entwickelt, dass du praktisch auch Influencerin geworden bist? Ja, also ich habe damals in einer WG zusammengewohnt mit einem Fotografen, der war bereits auf Instagram und hat dann irgendwann gesagt, so hey, melde dich doch auch mal auf der Plattform an. Ich hatte da noch keinerlei Berührungspunkte damit und habe mich dann angemeldet und dann ist das Ganze einfach so ins Rollen gekommen. Also ich glaube, ich bin damals zur richtigen Zeit auf den Zug mit aufgesprungen eigentlich. Also habe dann angefangen, Content zu posten und die Follower kamen dann ganz von alleine. Das war damals, glaube ich, noch ein bisschen einfacher als heute. Und wenn du jetzt von dir aus selbst formulieren würdest, was bedeutet für dich denn dieses Influencerin sein? Ja, es bedeutet also Influencer, Influenzen kommt ja von Beeinflussen. Also es bedeutet für mich schon ein großes Stück Verantwortung auch zu haben, weil man hat natürlich eine gewisse Reichweite. Ich glaube aber auch schon, dass man ab 500 Personen oder ab 1000 Personen schon Leute beeinflussen kann. Ich glaube, das ist ganz unabhängig davon, wie viele Follower man letztendlich hat. Aber natürlich umso mehr Reichweite, umso größeren Einfluss nimmt man auch irgendwo. Du hast dich ja jetzt vorderrangig als Model beschrieben und als Arbeitnehmender bei dieser Goldschmiede. Würdest du dich dann selbst überhaupt als Influencerin bezeichnen? Ja, doch schon. Also einfach aus dem Grund, dass es ja von Beeinflussen kommt und ich weiß, dass ich Leute beeinflusse. Ich weiß, dass ich vielleicht auch politisiere, dass ich vielleicht auch mal zum Umdenken anregen kann. Deswegen würde ich mich schon als das bezeichnen, auch wenn diese Berufsbezeichnung eher negativ belegt ist in der Gesellschaft. Also wenn man das erst mal hört, dann ist erst mal so, ist sehr vorurteilsbehaftet, würde ich sagen. Deswegen ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn die Hauptmotivation für deinen Kanal? Also du machst es ja jetzt schon länger. Was hat dich denn überhaupt jetzt auch dazu gebracht, das weiterzumachen? Also im Moment habe ich tatsächlich eine Social-Media-Pause. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Aber der Hauptgrund war von Anfang an eigentlich Kunden zu generieren, zu akquirieren, Aufträge zu bekommen, sei es für Foto-, Video-, Produktionen als auch für Laufsteg. Und hat sich dann aber im Laufe der Jahre auch so ein bisschen weiterentwickelt. So in den tierethischen Bereich so ein bisschen. Genau, das ist auch was, was mir am Herzen liegt und was ich da auch ganz gern mit einnehme. Jetzt hast du gesagt, du hast gerade eine Social-Media-Pause. Magst du ganz kurz darauf eingehen, warum und wie es dazu jetzt gekommen ist? Ja, also ich wollte tatsächlich noch nie abhängig sein von dieser Plattform. Also es war mir wichtig, dass es nicht meine Haupteinnahmequelle ist. Das finde ich ganz furchtbar. Also für mich persönlich einfach. Und ja, habe dann einfach gemerkt, dass für mich war es die letzte Zeit einfach zu viel. Also es war zu stressig. Ich hatte immer Druck. Ich habe irgendwie 200 Nachrichten pro Tag im Postfach gehabt. Und dann kommen Leute nach drei Stunden und schreiben, wieso antwortest du nicht, wieso antwortest du nicht? Und das ist dann halt ganz schwierig. Also auch dieses sich mal zurücknehmen und dann mal sagen, okay, ich leg jetzt mal ganz bewusst das Handy weg. Ich bin halt nicht ständig erreicht. Also es ist kein 9-to-5-Job, sondern man ist dann wahrscheinlich immer irgendwie versucht, dann doch das Handy irgendwie auch abends nochmal rauszuholen und irgendwie zu anfragen. Du hast ja vorhin gemeint, dass du dir vorstellen könntest, dass dein Kanal inzwischen auch ein bisschen polarisiert oder dass du manche Meinungen einnimmst, Haltungen einnimmst, die vielleicht nicht ganz so gängig sind. Und du hast gesagt, das hat sich ein bisschen geändert. Von einem eher kommerziellen Nutzen sozusagen hin auch zu einer ethischeren Verantwortung. Was sind denn deine Hauptthemen für deinen Kanal? Früher gewesen und jetzt? Also natürlich jetzt hat schon auch immer noch Aufträge zu generieren. Das ist schon wichtig. Ohne Social Media geht das gar nicht bei mir tatsächlich. Aber natürlich dann auch die tierethischen Aspekte. Also ich sehe mich auch als Tierrechtlerin und lass es schon mit einfließen. Und das kommt aus einer persönlichen Überzeugung, dann hast du gemeint. Okay. Wenn du jetzt irgendwie konkret die Themen deines Kanals benennen müsstest, die jetzt momentan, gerade ist Pause, aber die sonst praktisch deinen Kanal dominieren oder wofür du deinen Kanal nutzt, was wären das dann? Also Tierethik hast du gerade schon gesagt? Genau, das wäre dann das und Modeln mehr ist es tatsächlich gar nicht. Also ich nutze es eigentlich mehr privat für mich. Also schon auch beruflich natürlich, aber ich lass da schon auch private im Alltag irgendwie ein bisschen mit einfließen. Okay. Und du hast ja eben jetzt auch schon angesprochen, eben Aufträge generieren. Klar, ist wichtig. Gibt es Kooperationen, die du abgelehnt hast? Ja, definitiv. Okay. Ja, also das ist tatsächlich, also was ich nie machen würde, ist irgendwie Alkohol bewerben oder Zigaretten bewerben oder Produkte mit tierischen Inhalten bewerben. Also tatsächlich, das kämpfe mich jetzt einfach nicht in Frage. Das passt nicht zu mir, passt nicht zur Person und auch nicht zu dem, was ich eigentlich vermitteln will. Daher habe ich da auch schon was abgelehnt. Okay. Und wie entscheidest du, ob du eine Kooperation annimmst? Hast du da irgendwie, keine Ahnung, für dich eine Checkliste im Kopf oder geht es wirklich ums Produkt? Du schaust dir das an, was steht dahinter? Wie läuft das? Genau, also Kooperationen nehme ich ganz gerne an, wenn es natürlich auch ein bisschen Eigennutzen haben. Oft sind das Restaurantbesuche oder sind das Hotelbesuche mal? Oder ja, also alles, wo ich sage, Mensch, das könnte irgendwie cool sein. Das schaue ich mir ganz gerne an. Man kriegt natürlich, und das ist auch ein Vorteil, Produkte zugeschickt, die man sich dann anschauen kann. Ich persönlich möchte keine Rabattcodes verteilen. Also das passiert vielleicht zweimal im Jahr, dass ich mal einen Rabattcode habe oder so, aber dann auch eher für Sachen wie zum Beispiel bei uns jetzt im Verein irgendwie ein Merchandising oder sowas, was Eigenes. Da habe ich dann mal einen Rabattcode oder so, aber sonst mache ich das eher ungern. Ich möchte auch kein Geld, also ich möchte die Produkte schon haben, finde ich ganz cool eigentlich, auch mal was auszutesten. Habe aber auch schon mal was eher negativ bewertet. Okay. Das heißt, du verstehst dich in der Rolle, dass du dann vielleicht eher eine Empfehlung gibst für eben, was du gesagt hast, ein Restaurant, ein Hotel, aber weniger die klassische Werbeaktion mit, dann gibt es da die 20% oder hier den Code dafür. Spannend, okay. Ja. Ja, du hast jetzt gerade deinen Verein angesprochen. Vielleicht kannst du zu dem einmal ganz kurz was auch sagen. Ja, genau. Das ist ein Tierschutzverein, der wurde 2021 im Oktober gegründet. Das ist auch ein Lebenshof. Da haben wir mittlerweile um die 130 geretteten ehemaligen Haus- und Nutztiere, die dort leben. Und ja, den habe ich mitbegründet. Im Oktober war aber vorher schon privat geführt von der Familie Rezinger, die dort eben lebt. Genau. Irgendwas mit Bullerbühnen. Bullerbühnen, genau. Ja, schön. Was macht es jetzt, das klingt ja schon so schön, was macht es denn für dich schön, auch Influencerin zu sein? Ja, also natürlich, dass man viel beeinflussen kann auch, dass sich Menschen, also ich habe auch schon Menschen zum Umdenken angeregt, habe schon viele Tiere über Instagram retten können. Also das ist schon, wenn man es richtig nutzt, was Positives auch. Also das ist schon... Wie äußert sich dann die Resonanz? Also schreiben dir dann auch, also fremde Personen-Accounts, hey, du hast mich total inspiriert. Ja? Ja, kann fahren. Schön. Hast du vielleicht so eine Sternstunde, einen ganz besonders schönen Moment? Also ich finde die tatsächlich immer alles schön, wenn ich solche Nachrichten bekomme, weil ich mir dann denke, ja, und deswegen mache ich das Ganze. Also nicht nur deswegen, sondern natürlich will ich auch Aufträge und so logisch. Das ist natürlich eine Selbstvermarktungsplattform in erster Linie erst mal. Also ich vermarkte mich natürlich trotzdem auch selber. Aber ansonsten sind das schon immer die schönen Momente, wo man sagt, ja, okay, da hat jemand so ein bisschen das eigene Konsumverhalten vielleicht überdacht. Schön. Versuchst du auch immer, also du hast ja vorhin gesagt, diesen 200 Nachrichten dann auch tatsächlich persönlich zu antworten? Ja. Wow. Und das war mir tatsächlich eben jetzt in den letzten Monaten zu viel, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach mal einen Cut, weil dieses ständige Fordernde, also ich glaube, die Menschen verstehen das gar nicht, wenn das da so viel reinkommt. Das wissen die ja gar nicht. Also das sehen die vielleicht auch gar nicht. Und dann, ja, wenn du natürlich dann trotzdem einen Hauptjob hast und da woanders einfach noch eine Vollzeitwoche hast, dann geht das gar nicht. Ja, ja, das leitet eigentlich perfekt über zu der Frage, was macht es denn schwierig, Influencerin zu sein? Ja, genau das. Also dieser ganze Druck natürlich, da immer präsent sein zu müssen, immer, ja, da Content liefern zu müssen auch in irgendeiner Weise. Natürlich hat man auch den Vergleich dann mit anderen, ja, die sind schon viel weiter und sowas. Aber das ist ja trotzdem immer was, wo ich eigentlich gesagt habe, das möchte ich gar nicht so, wie die das machen. Das heißt, du passt jetzt quasi eigentlich ein bisschen so auf dich auf und sagst für dich gerade, okay, hast du es jetzt definiert, wie lange jetzt deine Social-Media-Pause gehen soll? Ja, bis ab Viertel habe ich es für mich definiert. Also der ganze März ist erst mal noch Stille und dann lege ich wieder los. Also es ist mir dann auch tatsächlich egal, ob dann mal 200, 300 Leute dann einfach entfolgen, dass mir dann auch wirklich egal, dass mir die eigene Gesundheit geht mir da. Du hast jetzt gerade nur vom Entfolgen gesprochen als negative Resonanz. Gibt es noch andere negative Resonanzen, die du erleben musst? Also ich glaube, viele verstehen einfach nicht, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Also alles, was man zu einer Person nicht sagen darf in der Öffentlichkeit, ohne dass es strafrechtlich verfolgbar wäre, darf man im Internet auch nicht. Also das heißt, Fotos von Geschlechtsteilen oder dann auch irgendwelche Wüstenbeschimpfungen, Beleidigungen. Also das habe ich schon auch regelmäßig im Postfach, ganz normal. Ja, und wie gehst du dann damit um? Das wäre auch meine Frage. Ja, also ich bin schon eher zart der Seite. Das beschäftigt mich schon. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das geht jetzt da rein und da raus. Das tut es nicht. Ja, man härtet dann schon ein bisschen ab mit der Zeit. Aber grundsätzlich trifft es einen schon trotzdem, würde ich sagen. Also ich spreche dann halt auch viel mit meinem Freund oder sowas. Ja, das ist das schon. Aber im Grunde löscht man so einen Blockier-Dien-Leute und so. Ich gehe da jetzt auch gar nicht in irgendwelche Diskussionen. Ich meine, ja. Ja, ja. Und ich finde es ganz wichtig, was du jetzt auch angesprochen hast, egal welche Reichweite. Ich glaube, ich meine, ich kenne auch Personen, die haben, keine Ahnung, 120 Follower und bekommen trotzdem irgendwelche böse Nachrichten ins Postfach gespielt. Dann möchte ich immer gar nicht wissen, wie sich das dupliziert. Ja, genau. Ja, ja. Kannst du dir vorstellen, was Leute dazu bewegt, wirklich in Anführungszeichen eine böse Nachricht zu schicken? Weil du sagst ja, du freust dich auch eben genau über den Austausch, über dieses Nahwahrsein. Das ist ja was, was du auch für dich eben gerne machen möchtest. Ich stelle mir diese Frage oft, woher kommt diese Aggression? Warum muss man jemandem jetzt so eine Art von Nachricht schreiben? Nichts Positives, sondern ein Angriff. Also ich denke, es ist dann oft schon die eigene Unzufriedenheit mit dem Leben, was mit dem eigenen Leben ist. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also ich finde es auch ganz furchtbar, wenn irgendwelche Frauen andere Frauen denunzieren, nur um selber groß dazustehen. Also ich finde es irgendwie, ich glaube, das hat immer was mit der eigenen Unzufriedenheit zu tun. Und naja, also auch mit politischen Ansichten. Also ich versuche es zu vermeiden, politische Ansichten in meinen Storys zu teilen. Manchmal kann ich nicht anders. Und mache es dann einfach und dann. Also gerade, wenn ich politische Statements teile, dann geht es richtig rund. Das weiß ich auch. Aber das weiß ich ja dann auch vorher, dass es soweit kommen wird. Du hast also mit der Zeit, würdest du sagen, schon auch bestimmten Gefühlen dafür entwickelt. Oder wenn du diesen und diesen Content postest, dann kriegst du vermutlich eher dieses Feedback oder eher dieses Feedback. Dann könnte man es sich natürlich leicht machen und sagen, na gut, wenn ich damit rechnen kann, dass ich da einen Shitstorm auslöse oder dass ich da negative Rückmeldungen kriege, dann lasse ich es einfach. Du hast jetzt gerade schon gesagt, bei manchen Themen kannst du das aber nicht. Würdest du uns ein Beispiel nennen wollen, wo du sagst, da kann ich nicht neutral bleiben? Ja, also gerade, wenn es um rechtsradikale Geschichten geht oder sowas, da finden sich regelmäßig Nachrichten bei mir im Postfach ein. Also ich glaube, ich teile schon öfter mit, dass ich nicht der Fan von gewissen Parteien bin. Und da natürlich kriegt man da Gegenwind. Das ist logisch. Ja, du hast ja gerade eigentlich schon gesagt, dass es natürlich wichtig ist, Geld zu verdienen, aber eben auch nicht so das Hauptargument dafür, dass du das machst. Wie würdest du das portionieren? Also inwiefern steht Geld verdienen und inwiefern steht irgendwie persönliche Überzeugung etc.? Ja, also Geld verdienen schon, aber ich würde das schon ein bisschen differenzieren als dieses klassische Influencer-Ding, dieses mit den Rabattcodes und so, das ist gar nicht meins. Geld verdienen durch Aufträge steht schon auch mit im Vordergrund, würde ich sagen. Ja, aber auch schon das Persönliche so ein bisschen. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass man da auch so ein bisschen was bewirken kann. Ja, schön. Also das heißt, es muss im Einklang sein. Es muss voll und ganz fein sein, sowohl mit der Message als auch mit dem finanziellen Aspekt. Macht ja natürlich auch Sinn. Und du hast gesagt, du gibst aber ja auch private Sachen aus deinem Privatleben preis oder teilst die eben auch. Wie hast du da eine Balance für dich gefunden zwischen dem, was du teilst und dem, was vielleicht auch zu privat ist oder dem, was irgendwie eben deine Persönlichkeit oder Persönlichkeit von Menschen, die dir am Herzen liegen, um die zu schützen vielleicht auch ein Stück weit eben vor dieser Aggression, die trotzdem ja da ist? Ja, also ich frage tatsächlich immer, wenn ich irgendwelche Leute in den Storys verlinke, ob ich das darf. Also einige Freunde sagen nee, manche sagen ja klar, ist überhaupt kein Problem. Also es ist komplett unterschiedlich, aber ich teile, ich würde sagen, vielleicht 10 Prozent meines Privatlebens. Hast du auch schon mal gemerkt, dass Freunde nur Freunde waren, weil sie irgendwie an deiner Social Media Person interessiert waren auch? Nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber es ist schon manchmal trotzdem so ein bisschen, hey, kannst du da nicht vielleicht reservieren in dem Restaurant, weil dann, da kriegen wir ja dann immer was, wenn wir da mit dir hingehen. Aber wenn nicht, ist es dann auch nicht schlimm, die gehen dann trotzdem mit. Aber es ist halt so, ja, man merkt schon so ein bisschen ab und zu, kommt da so ein bisschen was rüber, geschwappt, aber seltenst. Wie oft wirst du auf der Straße erkannt jetzt so? Nicht so häufig tatsächlich. Also ich bin in Nürnberg schon, also gerade mit den Kooperationspartnern, das sind viele Restaurants oder sowas, ja, da kennt man mich schon, wenn ich rein spazier, ab und zu mal ganz selten. Wie ist das für dich vom Gefühl her, zu wissen, tendenziell kann es sein, dass jetzt jemand mir entgegenkommt und das in den Kopf Klick macht und man sagt, ah, das ist doch die und die. Ist das für dich ein komisches Gefühl? Ja, tatsächlich schon. Also man macht sich schon Gedanken, okay, wenn ich jetzt heute durch Nürnberg spaziere, oh Gott, und jetzt bin ich gerade irgendwie krank und sehe total wegkackt aus. Und gehe dann da spazieren, hoffentlich erkennt mich keiner, kapuze tief ins Gesicht und hoch den Reißverschluss. Ja, ein bisschen verstecken ist es manchmal. Ja, doch, tatsächlich schon. Hast du die Erfahrung gemacht, du hast gemeint eben, du fragst eben immer, ob jemand auftauchen möchte sozusagen oder nicht. Hast du die Erfahrung gemacht, dass sich Leute zurückgezogen haben, weil du diese Art von Weg gewählt hast von dir? Nee, eigentlich gar nicht. Auch nicht. Also weder in die eine Richtung jetzt, dass Leute plötzlich mehr Interesse hatten, noch dass ich welche jetzt aktiv rausgezogen habe. Also ich glaube, wenn man mich persönlich kennt, dann passiert das eigentlich nicht. Ja. Es ist eher andersrum, wenn man mich persönlich erstmal nicht kennt und erstmal nur das Bild von mir auf Social Media hat, dann kann es vielleicht sein, dass man am Anfang so ein bisschen, oh Gott, die ist bestimmt total arrogant und die ist total eingebildet und oh Gott, die denkt, die ist was Besseres. Also ich werde oft vorher schon in Schubladen gesteckt, aber ich glaube, die Personen, die mich so kennen, wie ich bin, wie ich, ja, das, glaube ich, passiert dann nicht so schnell. Und ertappst du dich dabei, dass dir das bei anderen vielleicht auch passiert, dass man eben einen anderen Influencer oder auch einfach einen privaten Kanal sieht und auch in dieses Schubladendenken ein bisschen abrutscht? Passiert mir tatsächlich gar nicht so, weil ich einfach weiß, dass es gar nicht so ist vielleicht. Weil du dich eingelgst hast, eben wie du auch schon sagst, vielleicht sind es 10% von der Person, die es eigentlich ist oder eben auch in einer Selbstvermarktungsrolle sozusagen. Genau. Da lässt sich, finde ich, der letzte Teil unseres Interviews eigentlich perfekt dran anschließen. Wir machen ja eine Fortbildung, wo es eben ums Thema Influencing in der Schule geht, also wo wir praktisch Lehrkräfte fortbilden wollen, um eben das Thema Influencer, Influencerinnen in die Schule reinzuholen, weil ich glaube, wir sind uns da einig drüber, dass es auf jeden Fall im Alltag von Kindern und Jugendlichen eine immer größere Rolle einnimmt. Wenn du dir vorstellst, du hättest selber Kinder, die vielleicht im Grundschulbereich sind, 6 bis 10 vielleicht vom Alter her. Was wäre dir wichtig, dass diese Kinder lernen über eben das Influencer-Sein? Ja, also ich bin ja tatsächlich Erzieherin, Ausgebildete und Sozialpädagogin, also habe ja letztes Jahr meine Bachelorarbeit geschrieben in dem Bereich, deswegen kenne ich mich auch mit den Gruppierungen ganz gut aus. Also gerade so 6- bis 10-jährige Kinder sind natürlich vulnerable Gruppen, die da stark beeinflussbar sind noch. Da finde ich, es ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, zu sagen, Erziehungsbeauftragte, aber auch Lehrbeauftragte, pädagogische Fachkräfte da an der Stelle anzuknüpfen und zu sagen, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Das muss schon viel früher beginnen. Ich habe jetzt keinen Einblick in die aktuelle Schul-Situation, aber grundsätzlich glaube ich, dass da noch viel zu wenig getan wird dafür, weil das ist schon gefährlich teilweise. Also gerade wenn man schaut, was da mit irgendwelchen Bearbeitungs-Apps oder so passieren kann. Man kann mittlerweile Videos so bearbeiten, dass die Person 20 Kilo leichter aussieht oder so. Also das finde ich schon stark gefährlich. Also praktisch vor allem der Aufklärungsaspekt, der dir wichtig wäre. Ja, oder auch einfach zu sagen, das ist nicht immer das reale Leben, den Personen geht es auch mal schlecht. Also das sind auch nur Menschen und denen geht es auch mal schlecht, das zeigen die vielleicht einfach nur nicht so. Ja, oder zu sagen, Mensch, die bekommen Geld für die Produkte vielleicht, die sie bewerben. Vielleicht ist da auch nicht immer so alles wahr, was da gesprochen wird. Also dass man da die Früh an die Hand nimmt auf jeden Fall. Und wenn man das Ganze auf das Teenager-Alter erweitert, also dann eben klassisch 13 bis 17, 18, würdest du sagen, da muss es fortgesetzt werden? Oder gibt es da vielleicht nochmal einen anderen Fokus, den du wichtig findest? Also es muss auf jeden Fall fortgesetzt werden. Ich finde auch wichtig, dass man jetzt nicht nur auf Influencer betroffen, aber auch auf das ganze Cybermobbing und sowas da vielleicht noch ein bisschen mit eingeht. Und das ja auch vielleicht durch Influencer kommt, weil man natürlich diese Perfektion, dieses Perfektionslevel irgendwie nicht erreichen kann und dadurch dann vielleicht wieder gemobbt wird oder so. Also ganz schwierig. Es ist eine Altersgruppe, die wurde schon immer beeinflusst, auch ohne Social Media. Also durch irgendwelche Peergroups, durchs Fernsehen, durch andere Medien. Also das ist eine Gruppe, die wurde schon immer beeinflusst und jetzt ist es halt Social Media. Und ja, da dann auch einfach mit an die Hand nehmen, so gut es geht. Wobei ich natürlich glaube, dass man schon ab einem gewissen Alter soweit sein könnte, zu sagen, das kann ich jetzt selber abschätzen. Also dass man da auch irgendwie sagt, dass man die einfach so ein bisschen dahingehend an die Hand nimmt, das besser zu reflektieren. Und auch einfach dieses Selbstliebethema, Selbstwirksamkeit und sowas so ein bisschen rausarbeiten. Hast du das im Kopf, wenn du über deinen Content nachdenkst oder wenn du planst, was du postest, was du teilst? Hast du da diese Verantwortungsposition für dich im Kopf? Jein, würde ich sagen. Nicht immer. Aber ich würde es jetzt deswegen auch nicht einschränken. Also ich weiß, dass es eben vorurteilsbehaftet ist. Ich zeige mich ja auch freizügig. Das ist ja was, was andere vielleicht auch wieder beeinflusst. Aber es gehört zu meinem Job. Und das ist in jedem Aldi-Katalog, wenn man aufschlägt, das sind auch freizügige Personen. Das ist einfach ein Berufsfeld, in dem es so ist. Und das würde ich deswegen jetzt nicht einschränken. Wo siehst du vielleicht nochmal, du hast ja vorhin gesagt, diese Peergroup, vor allem die Jugendlichen 13 bis 19, sind ja immer besonders anfällig für Beeinflussung. Ist ja auch ganz entwicklungsethisch ganz wichtig. Was würdest du sagen, dass Social Media nochmal mit in den Raum bringt, anstatt von jetzt Fernsehen oder Magazine, sondern jetzt eigentlich Social Media als die neue Beeinflussungsplattform? Also ich denke, es könnte gefährlich sein, dass man das eigene Leben nicht mehr so gern mag. Also dass man sich vielleicht selber nicht mehr so gern mag, das eigene Leben nicht so gern mag, weil man halt ständig sieht, okay, da hat jetzt jemand eine Millionen Follower und ist ständig in Dubai, in irgendwelchen Hotels und ist super reich und so. Und dass man dann auf sein eigenes Leben schaut, dass man dann sich vergleicht und sagt, Mensch, wieso habe ich das nicht? Wieso hat die das? Was bräuchte es dann für dich in Schulen, speziell in der Fächerkombination Religion und Ethik an Lehrplaninhalten, die dann drauf kommen müssten, dass Kinder und Jugendliche eben nicht so denken? Ja, die richtige Nutzung von Social Media. Ja, würde ich sagen. Also einfach dieses, wie kann ich diese Plattform für mich nutzen, dass mich Inhalte so ansprechen, dass es mir gut tut. Also welche Inhalte tun mir gut? Wo kann ich was mitnehmen für mich? Weil es gibt tolle, tolle Influencer, von denen man wirklich viel mitnehmen und lernen kann. Und was nehme ich für mein Leben mit, was mir gut tut und was tut mir nicht so gut und warum tut mir das nicht so gut? Also einfach dieses wirklich mal ins Kleinste aufteilen. Ja. Und warum postet die Person das vielleicht? Und was ist daran vielleicht gar nicht so realistisch? Ja. Oder selbst wenn es realistisch ist. Es gibt immer Menschen, die haben was Tolleres und was Besseres. Aber wo kann ich in meinem Leben schauen, was ist da vielleicht auch toll? Und was hat die dann vielleicht nicht, was ich habe? Ja. Du hast jetzt vorhin eigentlich schon angesprochen, dass du schon eine besondere Verantwortung zwar nicht immer empfindest, aber irgendwie dann doch immer im Hinterkopf hast. Für welche Werte, wenn du es jetzt einmal nur zusammenfassen müsstest, stießt du dann? Ich würde sagen, die Gleichwertigkeit allen Lebens. Also sowohl Tiere eben als auch Menschen. Also es soll sich jeder so fühlen, wie er das möchte. Es soll jeder das tun, was er möchte. Und das ist das, was ich auch tue. Ich weiß, dass es heutzutage in der Gesellschaft noch schwierig ist, als Frau das zu tun, was man will, ohne dafür verurteilt zu werden. Das ist schade. Ich versuche es trotzdem für mich zu machen. Also ich möchte mich da nicht einschränken. Und ja, dass einfach alles sich auch wohlfühlen bei mir auf dem Account. Also da ist jeder willkommen, egal wie er ausseht, egal wie er sich fühlt eben. Was ich halt nicht mag, sind halt menschenfeindliche Sachen. Das heißt Rechtsradikalismus oder auch LGBTQI-feindliche Äußerungen oder sowas. Das blockiere ich direkt. Ja, ja. Und wenn du jetzt praktisch nochmal diese Warnungen im Kopf hast, die man ja vielleicht, hast du ja vorhin auch schon gesagt, öfter von vielleicht sogar ein bisschen eher der älteren Generation, aber ja auch von vielen aus unserer Generation inzwischen hört, eben von dem Konsum von Social Media oder dem übermäßigen Konsum vielleicht von Social Media. Kannst du das nachvollziehen, dass teilweise vor den Plattformen gewarnt wird, von der Auswirkung gewarnt wird? Definitiv, ja. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Da ist auch sicherlich viel Wahres dran. Und wenn du jetzt hörst, ein Kind oder ein Teenager möchte selbst Influencer werden, was sagst du? Also ich kann den Wunsch tatsächlich verstehen, weil man natürlich sieht, Mensch, die haben ja so ein tolles Leben und sowas. Aber ja, ich möchte, ich würde da auch erstmal niemanden die Träume oder die Wünsche schlechtreden. Also das mag ich gar nicht, wenn man erstmal sowas klein hält. Man darf das auch wachsen lassen. Aber ich finde, also ich persönlich habe das ja auch so für mich entschieden. Es ist kein Plan A für mich. Also ich habe, es war immer mein Plan B vielleicht, aber Plan A war was anderes. Einfach, weil ich davon nicht abhängig sein möchte und weil ich weiß, wie viel Arbeit das bedeutet. Und das ist auch, glaube ich, das, was die ältere Generation so ein bisschen vor Urteil hat. Ja, such dir meinen richtigen Job oder mach doch mal was Richtiges. Aber es ist unwahrscheinlich viel Arbeit und das unterschätzt man einfach. Ab einer gewissen Followerzahl sicherlich nicht mehr so viel, weil da wird einem dann alles hinterhergeschwissen. Aber sich das aufzubauen ist eine Arbeit. Und ich würde raten, da immer auch trotzdem zu sagen, Mensch, mach eine Ausbildung, mach irgendwie einen Schulabschluss, mach ein Studium. Dass du dir nebenbei das vielleicht aufbauen kannst oder es versuchen kannst. Und wenn es klappt gut, wenn es nicht klappt, dann hast du trotzdem was anderes an der Hand, was du gerne machst. Ja, super. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir noch weitere Fragen haben. Von meiner Seite aus möchte ich mich einfach nur bedanken für dieses tolle Info-View und für diese Sicht, einfach mal innerhalb eines Influencers ein bisschen zu gucken, wie das so alles abläuft. Und ja, von meiner Seite aus ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich für deine ehrliche, Antwort und für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Johanna, hast du noch ein... Gibt es was, was du noch gerne so als Abschlusswort vielleicht in den Raum stellen möchtest? Ja, vielleicht nicht alle über einen Kamm scheren. Das wäre mir ganz wichtig. Also ich werde so oft in Schubladen gesteckt, dass es total schade ist, wenn jemand erst mal mich über Social Media kennt und danach mich persönlich kennenlernt, ist es schwerer für mich, die Person zu erreichen. Ich mag es lieber, wenn man mich erst persönlich kennenlernt und dann meinen Account, weil dann ist es gar nicht mehr so. Also es ist, ja, vielleicht auch an die ältere Generation nicht so in Schubladen stecken immer jeden. Und wir sind auch nur Menschen und man kann auch mit uns sprechen, wie man merkt. Sehr gut sogar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch. Vielen Dank.